Der nächste Künstler, der zu uns kommt, ist eine fantastische Karnevalskraft, ja, seit Jahren ist er erfolgreich, auch außerhalb der Session, ja, und heute ist er bei uns und singt sein Karnevalslied Nummer 1, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Helge Schneider mit dem Märchenlied. Alle Hege, Helge Schneider mit dem Märchenlied. So. Was denn? Du wolltest was singen, oder? Ja. Jetzt direkt? Ja. Wolltest du jetzt direkt singen, oder wolltest du dich erst hinsetzen? Nee, jetzt singen erst. Jetzt singen erst, okay. Weißt du noch? Ähm. Ja, ist mir egal. Ist mir egal? Ja, ist ja Karneval. Achso, ja. Ist ja Karneval. Karneval ist ja... Ach, da kommt doch die Musik. Da kommt die Musik. Hängst du noch, wir können das durchschauen. Weißt du noch, wie's früher kam? Man war Marihuana, danach war einem schlecht und man fühlte sich nicht so recht. Marihuana ist nicht gut. Marihuana ist nicht gut, sagt die Mama und Papa, die finden das nicht gut. Du mal lieber die Möhrchen. Du mal lieber die Möhrchen, Mama. Du mal lieber die Möhrchen, die Möhrchen, die Möhrchen. Du mal lieber die Möhrchen. Du mal lieber die Möhrchen, Mama. Die Möhrchen, die Möhrchen, die Möhrchen. Mama, tu mal die Möhrchen, aber ohne Schweineöhrchen. Tu mal die Möhrchen, Mama, Teller mit Möhrchen. Mama, tu mal die Möhrchen, tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Tu mal lieber die Möhrchen, komm, die Möhrchen. Mag Johanna, ist nicht guter. Mag die verseuchte Blut. Mag Johanna, das ist nicht, weil es nicht du selber bist. Mama, tu mal die Möhrchen, tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama, die Bibel. Tu mal lieber die Möhrchen, tu mal lieber die Möhrchen. Mama, 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 lieber die Möhrchen, die Möhrchen aus dem Blas. Mama, tu mal die Möhrchen, Mama, tu mal die Möhrchen, Mama. Mama, tu mal die Möhrchen, die Möhrchen, die Möhrchen. Du bist nicht guter. Mag Johanna. Mag Johanna. Ich bin nicht gut da.